hallo und herzlich willkommen zu forever stranded lost souls mit quizzle der heute irgendwie spaß haben möchte hat er mir gerade gesagt so was mit dem bilder genau ich habe es jetzt irgendwie hingekriegt leider offscreen mit den linken kater sich in der elbe habe und hier oben auch eine elbe und wie ihr seht fühlt er sich es ist ja so genau nur halb den ganzen strom verbraucht gerade wenn bilder ja der verbrauchte nicht so dass auch den erst mal noch verbraucht er überhaupt nichts so magst du den hebel umlegen eine sekunde okay dann sagt vorher bescheid ich mache die wand immer ein bisschen größer aus was man auch immer sieht ich hoffe er fängt jetzt nicht hier an aber das werden wir sehen ich möchte noch so lange ich genieße die aussicht kurz ich lege den hebel um und wie sie sehen sie eigentlich nichts ist der hebel an der falschen seite machst du den hebel manches an die zeit kannst du nicht oder warum warum tut er nicht hier tun soll er sagt stopp achso er war schon auf ohren spaß mit dem bilder ich mache ihn mal wieder aus und jetzt kannst du hier die wand einreißen und dann haben wir eine neue wohnung okay sie ist ein bisschen tief geraten ich glaube ich muss ihn noch mal neu setzen oder wir haben eine stufe in der wohnung kann man ja auch mal machen kann man auch mal können sie ein höher setzen müssen ja ich lerne noch er lernt noch erst nach dem lernen so wie man heute auch ein bisschen spaß ich hatte ja gesagt dass ich eine mob farm bauen möchte das heißt ich fange heute mit so ein paar einzelteilen an also auf jeden fall den mob mescher möchte ich bauen heute wie herding aber wie herding updates weiß ich nicht ob ich die schon da muss ich noch ein bisschen ein paar lederkappen so ein bisschen zeug vorbereiten leder 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 das tut es nicht irgendwie kommt man doch noch das 1 zu tief und man hat noch mal ja genau stück fleisch genau das stück fleisch kriegt man aus den fleisch da gehen wir jetzt mal auf die suche der koppel ist alle nehmen wir uns aber einen neuen koppel mit es gibt nämlich irgendwo so ein rotes zeug habe ich mal irgendeine farben vorgebaut abgebaut das ist so rotes zeug das jetzt ist das verkehrte da ich noch zu sagen zu krise gesagt das bringe ich mit daraus können wir leder machen fleisch genau vielleicht holtest du mit ja habe ich auch mitgebracht aber ich finde das im system gerade nicht jetzt glaube ich hier durch die gegend um das wieder zu suchen wo das war kann man das auf der karte sehen ach hier war der tisch das wird nicht klappen 36 ich will jetzt eine stunde lang nach dem zeug suchen ich habe es ja ich habe das umgewandelt leder gleich direkt jeder die glaube ich noch was im system ich muss das aber trotzdem nur einmal suchen gehen weil das wird nicht reichen ich muss leider fans auch machen weil es ist warm das ist sehr warm was haben wir denn hier drin den redstone city müssen wir jetzt erstmal wieder rauspacken müssen eigentlich die experience auch mal schnell rauspacken brauchen davon wieder reiche hier sieht man übrigens auch schön was er macht können ein fein block habe zu wenig koppeln da müssen wir was gegen tun mit zu wenig koppeln heimann A spiel die nehmen wir uns mit und die kunst mitnehmen und masternippen zeug muss ich noch mal suchen das fleischzeug dann bauen wir erstmal alles auf also den mob mescher bauen wir das heißt so schon mal reichen also ein block zwei stück aber haben wir auch kauf uns da von nummer zwei ein block auf redstone und noch ein block auf eisen habe tier 4 den habe schon mal das heißt dass wir auch noch ein paar viel mehr davon dann können wir zweiten experience sieht machen das hat auch viel das brauchen dann brauchen wir noch ganz spezielle erde wie hieß die dunkle erde brauchen nämlich erde auf den mob sport mob monster sporen können kauf ist das hier die auch das nehmen kann auch noch anderes gibt nur andere erde muss man ganz kurz um eine liste gucken wie ich die da geschrieben habe wo ist die liste schwarze erde schwarze erde schwarze erde schwarze wolle das kommt aus dem anderen modpack nein das kommt aus dem modpack nach heiße die habe ich auch im anderen modpack auch gehabt dort haben auch noch mal form gebaut und der ging das auch ich weiß nur nicht wie das heißt erde wird dazu alt und tote moor erde strom ist aus brauche mal hilfe gut dann kann ich mich nicht mal nochmal um die erde was brauchst du denn jetzt ist unser strom gegen hier hinten hin damit wir auch hier strom haben ja aber da brauchte wir können ja den ding jetzt beschleunigen indem wir hier mal den kumpel da einfach weg ist auch ich habe nur noch ein paar redstone 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 ist noch da ja ja super so befällt mir das besser jetzt muss ich zwar einmal diese decke hier raus machen aber das kann ich nebenbei mal machen das ist ja nichts wildes hier wird sich nebenbei die spitzer geschwindet und warum wir das nach wie vor auskommt wir brauchen es mitreden aber auch dass ich irgendwann raus solche großen kasten wo möchtest du strom haben so dass die beiden dinger dahinten von eingabe ich sehe ich zwar hier keine garten losches aber da wo wir immer am anfang die beiden garten losches stehen hat also da immer noch stehen ach so hinter ja auch weiter stehen brauchst du noch zwei weitere fern ist generator ja denke ich dir mal hier hin zu der ersten garten losstieglein gesteht ja wie ihr seht habe ich jetzt einfach reingeschmissen auf linking und habe sie gelingt jetzt kann ich sie hier oben rein machen sagt auf out und strom kommt raus zwei kabel hat er mir auch gegeben vielleicht sollten wir einen boden rein ziehen lassen das machen wir mal das kann da rein die und die die und die und die nehmen auch noch mit können wir eh nur warten können wir das auch tun sprich wir möchten jetzt eine nur ein hoher die dann noch ein tiefer noch ein tiefer noch ein tiefer bedeutet hier wie das 2 eingehen und vorschau drücken spaß mit dem bilder teil 2 ich habe gerade abgemacht auch da hat noch strom gehe ich wofen aus ja weiß ich pro ziel bisschen strom raps raps fußboden hier ich glaube kommen ist alle ja kommen ist alle ein koppel den wir haben mal eben verbrutzelt aber man sieht immer hin und wieder hier doch noch was kriegt hier ne so nach und nach aber koppel kriegen wir ja irgendwann wieder ran bin ich ganz fest überzeugt zumal ich auf besten weg bin den großen koppel generator hinstellen zu können und dann können wir auch moment ja dann können wir auch hast du hier das inferium gerade raus waren ja stromlos waren ja stromlos ja ich bin gerade nämlich erstmal versuchen da und jetzt haben sie glaube ich der strom ne ne ich glaube noch nicht nur ein bisschen haben sie noch den können wir jetzt mal ab kapseln damit er sich so die kabel gehen mit dem strom generator man einen schnellen system die können da auch mit rein ja leider hat sich sonst soweit noch nicht viel ab ich möchte ja gerne einen zweiten experience eigentlich haben ne damit wenn mal was gebraucht wird da kommt schon wieder so viel mach's tot nicht den boden zu hacken ich habe kein den dinge ganz schön ja dann gehe ich aus dem weg jetzt gehe aus dem weg und der kommt auf mich zu gerannt ja ich bin tot das kam mir gewischt mhm gut gut oder auch nicht wir brauchen mehr strom hilft nix aber jetzt kommt ja strom an land jawoll vielleicht noch einen aber das wird nicht reichen gehe ich jetzt mal von aus was dann mittlerweile bin ich so dekadent und schwebe im Dingsmod hier hoch um mich hier wieder zu bleiben na gut dann renne ich auch nicht mehr naja ich renne aufwings dass man nicht sagen kann dass ich hier cheat na klar cheatest du warum cheat ich lebensinhalt erfügt ja wir brauchen das ganze noch zweimal aber das wird ja langsam was mit wasser dafür mache ich doch gerade diesen raum achso damit wir hier mehr platz haben Unfug zu treiben achso bevor ich mir hier die Decke zunichte mache sollte ich eher noch eher mal hier die Pflanzen weg machen ne gut wird noch kannst du sonst auch wenn es schneller haben wird so weit vorbereiten ist oder mich sagt ich hab nix verstanden schon wieder mal du lex irgendwas mit vorbereiten und ja ich hab ja die mechanical user kann ich ja jetzt ja also muss ich ja nur wissen wo denn hin haben will setze ich ihn da hin also prinzipiell alles machbar was machst du denn jetzt die Decke abdrehen da fehlt noch die Decke brauchst du noch den Bilder das ist voll das hab ich schon hast du das ist schon abgekapselt ja sehr schön er speichert schon Strom das heißt dass die ja wohl auch wieder Strom haben dann habe ich ihn auch mit Strom versorgt Böses Teil Böses Teil Böses Teil hast du den Eingang nicht zugebaut könnte sein mach ich wieder zu kann auch durch die Spawn Ebene jetzt kommen weil du kannst schon was ja aber die kommen ja alle von hinten also noch spawnt hier nix also müsste eigentlich die Magnum Mega das Torches dir auch noch helfen gut aber haben wir wieder kurzer Sinn denke das soll reichen demnächst in diesem Theater nächster Versuch uns hier häuslich niederzulassen mit hässlichem Cobblestone vielleicht sollte ich mir eine Autodschüssel bauen oh gute Idee wenn er jetzt Strom hat können wir ihn auch ordentlich verbraten ja alles klar er kann mich hier um Strom und er will ihn verbraten nja hier nimmt das seine ja hast du noch zwei Energiekabel oder hast du ein System geschmissen ich habe alles in das System geschmissen was ich noch hatte damit ich nicht damit rumrenne so ich sag schon mal tschüss reiß noch ein bisschen die Decke ein du nicht? nein? doch ich mach das in den nächsten tschüss 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 tschüss